Du möchtest mehr über Ergometer erfahren? Dann bist du bei uns beiden hier genau richtig. Ich bin Anna und ich bin der Sebastian und wir werden dir heute die Ergometer von Kettler vorstellen. Der Unterschied zwischen Ergometern und Hometrainern ist gar nicht sonderlich groß. Vom Aussehen her und auch vom Bewegungsablauf sind die sich nämlich sehr ähnlich. Du kannst wunderbar Muskeln aufbauen, du kannst auch Kalorien abstrampeln und du kannst das Herz-Kreislauf-System anregen. Was aber anders ist, ist, dass die Leistung hier beim Ergometer in Watt angezeigt wird. Das ist dann besonders gut, wenn du sehr hart, sehr intensiv trainieren möchtest und auch für therapeutisches Training. Ja und wie ihr seht, der Ein- und Ausstieg ist sehr komfortabel. Genauso der Sattel höhenverstellbar und nach vorn und hinten verstellbar. Der Ergometer ist sehr gelenkschonend durch die runde Bewegung und, hörst du was? Extrem leise. Dadurch, dass sie leise sind, könnt ihr dann, wenn ihr wollt, während dem Training eure Lieblingsserie im Fernsehen anschauen, mit dem Handy arbeiten, passend haben wir dazu die Halterung oder mit dem Tablet arbeiten. Durch die Rollen vorne ist der Ergometer ganz leicht verschiebbar und er braucht überhaupt keinen Platz. Der Bordcomputer hier, der ist ganz einfach zu bedienen. Wenn du hier sitzt und strampelst, hast du jederzeit zum Beispiel die Strecke, die Geschwindigkeit und die Zeit im Blick. Außerdem kannst du über den Bordcomputer auch den Widerstand steuern. Logisch, wenn der Widerstand größer ist, musst du mehr Kraft aufbringen. Bei diesem Modell hier, dem Tour 800, kannst du bei bis zu 400 Watt trainieren und das ist schon ordentlich anstrengend, oder? Eine ganze Menge Holz. Auf jeden Fall. Schau, Training beendet. Und bei den Ergometern unterscheiden wir zwischen zwei verschiedenen Bremssystemen. Einmal der motorgesteuerten Magnetbremse, auf der anderen Seite das Induktionsbremssystem. Das erfolgt automatisch und ist drehzahlunabhängig. Das heißt, der Widerstand gleicht sich der Trittgeschwindigkeit an. Für therapeutische Zwecke würde ich auf jeden Fall die Induktionsbremssystem-Variante empfehlen. Beim Tour 800 kann ich noch dazu zwischen dem manuellen Modus und dem drehzahlunabhängigen Modus wählen. Bei allen Ergometern kannst du verschiedene Benutzerprofile anlegen, damit du dich zum Beispiel auch mit deinen Familienmitgliedern messen kannst oder in dem Fall ich mich mit Sebastian. Außerdem kannst du zu einer frei wählbaren Herzfrequenz trainieren. In den Lenkern, da befinden sich Handpulssensoren, die messen den Puls und der Widerstand wird wiederum daran angepasst, sodass du im Endeffekt immer in einem vorher definierten Bereich bleibst. Richtig Spaß machen auch noch weitere Trainingsprogramme, wie beispielsweise das HIT-Training, das Trainingscoaching oder das Challenge-Training. Reicht dir aber diese Abwechslung auch nicht. Lädst du dir einfach die App runter, weil dieses Gerät hat eine Bluetooth-Einrichtung, eine Bluetooth-Funktion und dann hast du noch mehr Auswahl. Ja, ich hoffe, wir konnten dir schon mal weiterhelfen. Mehr Informationen und Details zu den Geräten gibt es auf unserer Homepage www.kettlersport.com und wir wünschen dir auf jeden Fall schon mal ganz viel Spaß beim Training. So sieht's aus.